Und jetzt spricht Eva Leonhardt, die stellvertretende Geschäftsführerin von der Stiftung Initiativ Mehrweg. Und sie ist bei der Stiftung seit 2009, aber von 2004 bis 2007 hat sie den Bereich Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe aufgebaut und geleitet. Und Schwerpunktthemen dort für Eva waren die Verpackungsverordnung und das Elektrogesetz. Davor war sie Experten für Abfall und Recycling, der Bundesgeschäftsstelle beim Bund, BUND. Auf jeden Fall kennt sie sich aus in Sachen Verpackung, Abfall und Abfallvermeidung. Und danke Eva, dass du die Vermeidung in der Logistik mit uns heute besprichst. Ja, ganz vielen Dank für die Einladung. Es ist toll, in so vielen Gleichgesinnten zusammenzusitzen. Ganz kurz zur Stiftung Initiative Mehrweg. Die Stiftung ist 1996 gegründet als eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts und hat das Ziel, die Mehrweg in allen Bereichen zu fördern, natürlich dort, wo es sinnvoll ist, den Dialog der Mehrwegakteure zu fördern und auch Forschung in mehrwegrelevanten Themen voranzubringen. Und großer Teil ist also Lobbying und auch der Dialog zur Mehrwegförderung. Das, was wir tun, sind vor allem im Bereich Obst und Gemüse. Da gibt es die Mehrwegklappkisten. Das ist also der B2B-Bereich. Weit über das hinausgehend, was man sonst so als Endconsumer kennt, mit der ganzen Debatte um Mehrwegeinwegpfand und Bier und Saft und wo das Ganze hingeht. Also das, womit wir uns auch beschäftigen, ist einfach die ganze Logistik dahinter im Handel selbst. Das sind auch die Gründer der Stiftung Waren mit, die Kistenhersteller, auch die Hersteller der Flaschenkisten, die Glasindustrie mit dabei. Also sozusagen nicht die klassischen Abfüller von Mehrweggetränken, sondern eigentlich alles, was in der Mehrwegindustrie mit involviert ist und über den normalen Flaschenbereich hinausgeht. Dennoch sind natürlich die Getränke das, womit jeder was anfangen kann. Jeder kennt das, ist damit aufgewachsen. Es sind die größten Debatten. Das ist dort, wo der Verbraucher im Handeln eine Entscheidung fällt, jetzt abgesehen von den unverpackt einkaufen Angeboten, die es mittlerweile auch gibt. Und im Bereich Getränke sind wir Teil der Mehrwegallianz, die in Deutschland gemeinsam auftritt, federführend die Deutsche Umwelthilfe zusammen mit dem Bundesverband des Getränkefachgroßhandels, die privaten Brauereien, der Getränke-Einzelhandel, also die gesamte Wirtschaftsbranche eigentlich, die davon lebt, dass es Mehrweg gibt. Und womit wir uns auch gelegentlich beschäftigen, sind die Bereiche Fleisch, Ladungsträger, ein Seitenbereich, auch Catering. Man sagt, das wäre eigentlich ein ganz, ganz großer Bereich, brauche aber so viel Zuwendung, dass es im Moment einfach auch nicht abdeckbar ist von uns. Wir sind ein ganz kleiner Laden. Geschäftsführer ist Clemens Strothmann. Das war der Staatssekretär unter Töpfer, der damals die Verpackungsverordnung mit auch kreiert hat. Und mit seiner Assistentin und mir, die alle sozusagen Teil ihrer Zeit da sind. Also wir sind sozusagen sehr klein aufgestellt, um diese gesamten Themen abzudecken. Was uns aber auch interessiert, neben dieser ganz konkreten, diesen konkreten Branchen und der Mehrwegförderung, sind die übergreifenden Themen. Also wie man jetzt sieht, die Debatten laufen zunehmend, von der Abfallvermeidung zur Ressourcenschonung. Auch ganz spannend zu sehen, es gibt massive steuerliche Ungleichbehandlungen von Einweg- und Mehrwegsystemen, die aber in den verschiedenen Branchen sehr, sehr unterschiedlich gestaltet sind. Da gibt es immer wieder Punkte für uns anzusetzen. Dann ein ganz spannender Punkt, der ganze Bereich der Umweltbewertung, Ökobilanzen, die ja eine Zeit lang auch vom Umweltbundesamt bis 2002 selbst durchgeführt wurden und mittlerweile eigentlich nur noch von der Industrie durchgeführt werden, weil sie so aufwendig sind, dass das der Bund selber gar nicht mehr tut. Und abgesehen davon werden jetzt die Ergebnisse auch, muss man sagen, immer diskutierbarer, weil man natürlich sehr viel an den Stellschrauben einer Ökobilanz drehen kann, sodass zum Beispiel der Getränkekarton aus der ökologischen, in die ökologische Vorteilhaftigkeit gekommen ist. Und je nachdem, wie man das Verbrennen von regenerativer Energie ansetzt, ist das einfach natürlich der Getränkekarton, ein ganz ökologisches Material, das dann deswegen auch aus der Pfandpflicht rausgenommen wurde. Und das sind also Debatten, die hinter den Kulissen geführt werden zur Bewertung von Einweg und Mehrweg und wo es ja einen neuen Verband gibt, Getränkeverpackungen der Zukunft, Ressourcenschonung, sich auf die Fahne schreibt, in den Cola, Aldi und Lidl gemeinsam, die große Gnade der Plastikflasche predigen und eigentlich Studien anfertigen, wo man sagt, das ist eigentlich das Papier nicht wert, auf dem es ist, aber die gesamte Thematik ist so komplex, dass es zunehmend schwer ist, sie zu durchschauen und transparent zu machen, dass das, was häufig erzählt wird, Schwachsinn ist. Aber gut, das sind das Dinge, die sehr, sehr viel Zeit brauchen, um sich mit denen im Einzelnen zu beschäftigen. Was wir aber unter anderem eben auch tun. Und was beim Mehrweg immer dazu gehört, es ist, was immer auch anklang bisher schon, hier geht es nicht nur um eine Verpackung, sondern es geht um Systeme. Es reicht ja nicht, eine Verpackung zu machen, sondern wie kommt es zum Verbraucher, wie kommt es vom Verbraucher zurück, wie wird gereinigt, wie ist die gesamte Logistik. Das ist ja weitaus mehr, als jetzt einfach nur ein Reden über Verpackung oder Einweg und Mehrweg. Warum Mehrweg? Für Sie alle klar, also bei Getränken gibt es die Grafiken stammen von der Deutschen Umwelthilfe und sind also aus einem Flyer, der auch draußen liegt, aus einer Mehrweg-Allianz. Zum Thema Mehrweg ist Klimaschutz. Eine 0,7 Liter Mehrwegflasche mit 50 Umläufen ersetzt, 23 Plastik-Einwegflaschen mit 1,5 Liter, also wie man sie im Discounter kaufen kann, und kann mit der gleichen Menge, also mit dieser einen Flasche kann man die gleiche Menge Wasser abfüllen. Das war auch die Grundlage, warum die Verpackungsverordnung seit 1991, damals war es noch eine Mehrwegquote, heute heißt sie modern Möwequote, also Mehrweg- und ökologisch vorteilhafte Einwegverpackungen. Und das insgesamt sollen stehen, also als frommer Wunsch in der Verpackungsverordnung sollen zusammen 80 Prozent sein. Derzeit liegen wir unter 50 Prozent, bei Wasser sind es sogar unter 30 Prozent, weil einfach der Hauptabsatz dieser Getränke im Discounter erfolgt mittlerweile. Also die Historie war so, dass 1991 die Verpackungsordnung gebaut wurde, mit dem damals die 72 Prozent Mehrwegquote, mit dem Damoklesschwert. Wenn der Handel das nicht einhält, dann wird es ein Pfand geben auf einem Weg. Und natürlich dachte man, dass das schwer genug abschreckend ist, dass der Handel das gar nicht erst macht, aber war nicht der Fall. Der Discounter hat noch nie Mehrweg geführt, also die Hard-Discounter. Sie haben viel mehr an Marktanteilen gewonnen und als es dann schließlich soweit war, dass also nun nach zwei Jahren Korrektur und Prüfung und Nachprüfung man wirklich klar war, also wir haben die Mehrwegquote unterschritten und zwar schon deutlich, dann wurde 2003 das Pfand auf Einwegverpackungen eingeführt, begleitet von 14.000 Klagen der Einwegindustrie. Damals sehr spannend, gab es eine schöne Glosse, die sagte, das ist wie ein Vatermörder, der um Waisenrente bettelt und letzten Endes, der Handel wusste die ganze Zeit, was passiert. Hat aber dazu geführt, dass die ganze Einführung etwas durcheinander lief. Ich damals beim BUND mit Testkäufen, Umwelthilfe war involviert, das ist eine Geschichte für sich, aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass die Deklaration von Einweg und Mehrweg erstmal ein bisschen durcheinander lief, dass die Pfandbeträge nicht auf den Flaschen stehen und dass deswegen die Konfusion, wie wir es vorher kurz hatten, auch von was ist eigentlich Einweg und was ist Mehrweg, viel größer geworden ist, als sie hätte sein müssen. Lange Rede dazu. Was aber funktioniert hat, das Dosenpfand hat dazu geführt, dass die Dose sehr unattraktiv wurde, weil sie sifft. Kein Mensch hat Lust, Dosen wieder zurück in den Laden zu bringen, zumindest über lange Zeit. Auch hier ist es ganz eindeutig, statt 44 Getränke, Dosen aus Aluminium oder Weißblech, reicht eine 0,5 Liter Flasche, um mit 44 Umläufen die gleiche Menge Bier abzufüllen. Jetzt können Sie sich gleich fragen, wieso einmal 50 Umläufe, warum einmal 44, warum gibt es hier Unterschiede? Das liegt daran, dass in Deutschland das Mehrwegsystem durch die verschiedenen Branchen selbst gemanagt wird. Das heißt, es gibt die Genossenschaft Deutscher Brunnen, die hat die Brunnenflasche, die Sie alle kennen, die grüne und die Perlglasflasche. Es gibt aber eine solche gemeinsame Organisation für Bier nicht. Das heißt, die verschiedenen Flaschen haben unterschiedliche Umlaufzahlen, je nachdem, wie viele Leute sich am System beteiligen, wie groß das aufgezogen ist, wie groß die Durchmischung mit Individualflaschen ist und so weiter. Deswegen gibt es keine einheitliche Umlaufzahl für verschiedene Mehrwegsysteme, sondern jedes eigene Mehrwegsystem hat auch eigene Umlaufzahlen. die übrigens ziemlich schwer zu erheben sind. Bei Bier haben wir aber immer noch mehr als 80 Prozent Mehrwegquote, eben weil die Dose unattraktiv ist. Im Moment versucht die Dosenindustrie aber durch Einlistungszahlungen den Anteil wieder zu erhöhen, was also leider langsam auch etwas gelingt. Jetzt, wenn wir das systematisieren, was wir gesehen haben, 50 Umläufe, 44 Umläufe, große Flaschen, kleine Flaschen oder kleine Dosen, wenn man in der Ökobilanz wird immer normiert auf eine funktionelle, sogenannte funktionelle Einheit, 1000 Liter Füllvolumen, jetzt für 1000 Liter, um 1000 Liter Getränk abzufüllen, braucht man bei einer 0,75 Liter Flasche 1333 Flaschen. Wenn ich jetzt, und was man hier sieht, sind also die Menge der herzustellenden Behälter und unten die Umlaufzahlen. Das heißt, hier sieht man einfach, dass nach 10 Umläufen ist quasi das meiste schon passiert. Da sind schon die meisten Flaschen unnötig geworden, die Ressourcen eingespart. Bei 20 Umläufen hat man also quasi 95 Prozent der Flaschen eingespart. und dann von 20, 30, 40, 50 ist man sozusagen schon längst im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man eigentlich also für 1000 Liter Füllvolumen bei 50 Umläufen eigentlich nur noch 27 Flaschen braucht. Und das sind mal eindrücklich die Zahlen, was Mehrweg kann. Jetzt zum Bereich Obst und Gemüse. Auch hier eine Mehrwegkiste ersetzt 60 bis 100 Einwegkortons. Wir haben dazu auch eine Ökobilanz durchführen lassen vom Fraunhofer-Institut für ganzheitliche Bilanzierung in Stuttgart, das also deutlich die Umweltvorteile von Mehrwegverpackungen zeigt. Also zum Beispiel 53 Prozent geringerer Treibhauseffekt im Vergleich zu Einwegkartons. Hier spannend bei den Obst- und Gemüsekisten ist es in Klappkisten. Also beim Rückweg werden die zusammengeklappt. Das heißt, das ist für die Logistikoptimierung ein wichtiger Punkt. Wir haben darüber hinaus auch eine Studie durchgeführt zum Thema Verpackungsbruch, weil das klang ja auch schon an. Das eine ist, die Verpackung ist dient, um den Produkterhalt zu gewährleisten. Und wir sind hier, haben das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund gebeten, das mal zu untersuchen. Die standen also an der Rampe und haben untersucht, wie viele Kisten, Mehrwegkisten gehen kaputt, wie viele Kartons gehen kaputt beim Transport, Zentrallager, dann im Transport zur Filiale. Und danach ist deutlich, 34 von 35 Verpackungsschäden kann vermieden werden, wenn man Mehrwegkisten statt Einwegkartons einsetzt. Also die Bruchrate über die gesamte Kette entweg ist beim Mehrwegsteigen 0,12 Prozent und bei Einwegkartons 4,2 Prozent. Diese Studie ist von 2013. Genau, was, nochmal zurück. Beide Studien zusammen haben wir eingebaut in einen Umweltrechner, der auf der Seite der Stiftung Initiative Mehrweg zur Verfügung steht. Das heißt, da kann ein Handelsunternehmen dann eingeben, so und so viele Kisten werden im Jahr transportiert und dann kann es sich ausrechnen lassen, wie viel CO2 eingespart, wie viele andere Emissionen reduziert werden und wie viel Verpackungsbruch reduziert werden kann. Insgesamt, das war ja auch die Fragestellung, was macht Mehrweg für den Handel attraktiv oder auch nicht. Was jetzt schon deutlich wurde, auch durch das Vorstellen der Studien, diese Ladungsträger und Kisten haben definierte Abmessungen, das heißt standardisiert und kompatible Größen und Formen. Also wenn man mal ein Lager sieht, in dem die Mehrwegkisten stehen, das passt alles und steht alles sehr stabil. Bei Kartons sind die Maße sehr viel unklarer und entsprechend ist das auch für die Handelslogistik schwieriger und aufwendiger. Bei Obst- und Gemüsekisten handelt es sich um geschlossene Pools, also es gibt Poolunternehmen, die sorgen dafür, dass die Kisten gewaschen werden, wieder bereitgestellt werden, aufs Feld gebracht werden zu dem Hersteller oder zu dem Landwirt. Das heißt, das wird alles gemanagt und das Handelsunternehmen kann die Kisten einfach abgeben. Das ist so ein Rundum-Service. Es gibt auch offene Pools für andere Bereiche, gerade bei Fleisch zum Beispiel, da ist das anders gehandhabt. Das heißt, das ist dann nicht nur einer, der sich beteiligt, sondern es sind mehrere Poolbetreiber. Da wird das Handling schon wieder anders, aber im Prinzip ist das, die Koordination wird immer durch Poolingunternehmen mit unterstützt und es fällt natürlich ein Großteil der Entsorgung weg von den Einwegverpackungen, die man dann nicht mehr braucht. Bei Fleisch ist auch, zum Beispiel, was ich jetzt aus Italien gehört habe, sind die Hygienestandards deutlich höher als bei Kartons. Die Bruchraten, darüber haben wir schon gesprochen. Wie gesagt, ansonsten muss man ins Detail gehen für die einzelnen Branchen, weil es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Jetzt nochmal zurück zum Getränkebereich. Warum ist Mehrweg so zurückgegangen im Getränkebereich? Das liegt daran, dass der Lebensmitteleinzelhandel nicht gern Fläche bereitstellt für leere Flaschen zur Zurücknahme. Da ist sozusagen die Knautschtüte hinten für die Einwegvariante sehr viel attraktiver. Und sie haben keine Kapazitäten für die Leergutsortierung. Das übernimmt immer der Getränkefachgroßhandel. Das sind sozusagen die Logistiker im Hintergrund, die davon Mehrweg leben und die einfach nach wie vor den gesamten Mehrweg-Transport, Logistik, Tausch, Sortierung und alles gewährleisten. Es gibt noch eine Vielzahl von Mehrweg-Themenfeldern, die wir nicht so involviert sind. Brot und Gebäck, Textilhandel, Automotive, Fisch, Gastronomie, Drogeriehandel, pharmazeutische Industrie, Buchhandel, Versandhandel, Baugewerbe. Auch mit, jeweils steht es ja oben dran, Brot und Gebäck 70 bis 150 Umläufe, Textilhandel 60 bis 120 Umläufe, Automotive-Bereich 25 bis 60 Umläufe, einer Kiste. Also das heißt, jeweils so viele Einwegverpackungen werden eingespart. Da all diese Angaben sind aber so ein Branchenschätzungen, weil es gibt keine offiziellen Zahlen zum Mehrweg. Da kommen wir jetzt zu dem, zu der Besonderheit von Mehrweg-Systemen, weshalb auch der Titel gewählt war, konsequente Produktverantwortung. Mehrweg-Systeme sind immer von den Akteuren, aus den Wirtschaftsakteuren selbst aufgebaut worden. Also nirgendwo gab es eine gesetzliche Vorgabe für Mehrweg, sondern es ist immer, ursprünglich die Flaschen waren einfach zu wertvoll, als dass man sie nur einmal benutzt. Bei Paletten würde man auch nicht sagen, ich schmeiße die Palette weg, weil sie ist einfach zu wertvoll, um sie nur einmal zu benutzen. Das heißt, die gesamten Systeme sind aufgebaut worden von Marktakteuren, die natürlich von vornherein Systeme aufgebaut haben, die auch wirtschaftlich betreibbar sind. Und das heißt, man hat, wenn man jetzt eine ganze Verpackungsverordnung lebt davon, das Elektrogesetz, alle predigen, die Produktverantwortung rauf und runter. Im Gesetzeskontext heißt Produktverantwortung, der Hersteller zahlt und der Hersteller erfüllt Recyclingquoten. Produktverantwortung im eigentlichen Sinne von nimmt Verantwortung für sein Produkt, heißt Mehrweg, weil die Logistik wird gewährleistet, ich bringe das auf den Markt und ich hole es auch wieder zurück mit all dem, was dazu gehört. Und es ist auch im Sinne desjenigen, der das System betreibt. Das heißt aber eben auch, es gibt keine einheitlichen Regeln und keine einheitlichen Vorgehensweisen. Jedes System hat das für sich entwickelt, deshalb wundern Sie sich vielleicht auch, warum es hat eine Bierflasche 8 Cent Pfand, warum hat eine Wasserflasche 15 Cent Pfand, im Bioladen gibt es vielleicht auch mal 25 Cent Pfand. Das liegt daran, es gibt keine Regelung, denn es war immer, Mehrweg hat sich selbst so entwickelt, wie es den Akteuren entsprochen hat. Und die Quoten in Deutschland sind ein Unikat, also diese Möwe-Quote oder mal Mehrwegquote für Getränke und dienten dem Mehrwegerhalt. Es ging nicht darum, Mehrwegsysteme aufzubauen. Und in dem neuen Wertstoffgesetz, das jetzt die Verpackungsforderung ablösen soll, stehen auch nicht mal mehr die Quoten drin. Also das heißt, auch hier hat die Politik sich bisher nicht entschlossen, wirklich zu Mehrweg zu stehen, sondern sie wissen jetzt auch nicht mehr, was sie machen sollen, um Mehrweg zu unterstützen. Und das heißt, es ist einfach, die Quote fallen zu lassen. Wir hoffen, dass da sich noch was drehen lässt, aber so ist die allgemeine Entwicklung. Da kommen wir jetzt auch nochmal zum Thema Mehrweg in Europa. Die Mehrwegkisten für Obst und Gemüse sind europäisch, dann die Pooler agieren europäisch, da war vielleicht eine Tomate drin aus Italien und später kommt das Gemüse aus Holland und es wird also europaweit gepoolt und so logistisch optimiert, dass das ganze Sinn ergibt. Bei Getränken, hier haben wir gesagt, haben wir Umlaufzahlen von 50 bis 100 bei den Flaschen, Umlaufzahlen von 100 bis 150 bei den Kästen, da haben wir in Deutschland noch die höchste Quote europaweit. In anderen Ländern gibt es teilweise für Bier noch Systeme, regional auch Wein, Gastronomie, wie ich gehört habe, vorhin in Österreich zum Beispiel Molkereiprodukte, da funktioniert das. Aber insgesamt ist die Mehrwegquote extrem den Bach runtergegangen. In Frankreich die regionalen Lösungen wurden vorher dargestellt und das Spannende da ist, dass es eine regionale Lösung ist, was sozusagen in Deutschland ganz schwer denkbar ist, weil es eben sehr branchenspezifisch aufgebaut ist. Bei Fleisch ist es auch so, dass die Fleischkisten europaweit eingesetzt werden mit 40 bis 60 Umläufen, da gibt es auch Poler, die zum Beispiel in Italien und Polen viel agieren, aber auch überall dort ist in den anderen Ländern weniger Mehrweg unterwegs als in Deutschland. Die Ladungsträger, also Paletten, die Europalette sagt es schon, ist für den europäischen, also ganz in ganz Europa eingesetzt, aber wie gesagt, keine gesetzlichen Regelungen existieren, Umlaufzahlen sind reine Schätzungen und Quoten gibt es entsprechend nicht. Man kann sagen, also bei Obst und Gemüse sind es wahrscheinlich gut 40 Prozent, die man hat und ansonsten gibt es keine offiziellen Zahlen. und jedes System, das läuft, wird natürlich auch, also redet nicht darüber, da kriegen nicht mal auch wir nicht Kenntnis von, auch die Automotive-Industrie, da hat jede Audi, BMW, jeder hat seine eigene, seine eigene Kiste, macht das mit seinem Zulieferer, wahrscheinlich auch jede Handelsfirma normal, hat ihre Zulieferer im Hintergrund mit Mehrweg, aber keiner redet darüber, weil es sind einfach die eigenen Kisten und das geht niemand anderen was an, sozusagen. was noch mal, jetzt will er nicht mehr weiter, ne, irgendwas hat sich hier aufgehängt, super, danke. Das wird jetzt auch noch mal im Getränkebereich europaweit, um zu zeigen, wie schnell sowas gehen kann. Viele haben es wahrscheinlich schon gehört, hier in Deutschland verließe ich Coca-Cola aus dem Mehrwegbereich zunehmend zurückziehen, die 1,5 Liter Flasche und die 0,5 Liter Mehrwegflasche sollen abgeschafft werden. Das wurde jetzt schon ein bisschen verzögert, aber der Entschluss steht quasi fest von den 23 Apfelstandorten. In Deutschland sollen noch drei bis vier bleiben und in Norwegen und in Norwegen ist das vor drei Jahren schon durchexerziert worden, also innerhalb kürzester Zeit wurde komplett von Mehrweg auf Einweg umgestellt. Und das Ziel ist, dass für Gesamteuropa ein verantwortlicher Bottler in Großbritannien übrig bleiben soll. Das ist also Coca-Cola-Strategie. Und da sieht man wieder, dass wenn ein großer da ein Entschluss fällt und für die Massenproduktion plant, dann kommt Mehrweg da nicht unbedingt vor. Da kommen wir jetzt nochmal zu einer ganz grundsätzlichen Geschichte. Ich habe mal versucht einzuteilen, weil Mehrweg ist nicht gleich Mehrweg. Wir haben hier Ladungsträger, wir haben Transportverpackungen, wir haben diesen B2C-Bereich, also den Verkauf an Endverbraucher und das, was der Verbraucher selbst machen kann an Mehrweg. Man sieht bei Ladungsträgern, also ein Container von China nach Europa, da würde niemand den nur einmal benutzen. Und da ist auch ganz klar, wer ist Absender, wer ist Empfänger, da funktioniert Mehrweg. Bei der Euro-Palette natürlich behalten die im Handel immer am liebsten die Besten und geben die Schlechtesten wieder ab und so. Da gibt es ein paar Tauschprobleme, aber es ist auch klar, sowas wird nicht nur einmal benutzt. Bei den Halbpaletten aus Kunststoff habe ich dann auch gesehen und das sind verschiedene Sorten, da ist es auch so. Und auch Obst- und Gemüsekisten, da gibt es klare Verträge, also dort, wo das definiert ist, nebendran für Backwaren, im Textilbereich auch, da sind, das ist klar, da funktioniert Mehrweg. Beim Endverbraucher wird es zunehmend kompliziert, also wo bringe ich die Flasche zurück, dort wo ich sie gekauft habe, woanders hin, das Ganze macht den ganzen Mehrwegshandling komplizierter und damit auch Mehrweg im Handel und attraktiver. Und beim Verbraucher, der macht ja eigentlich sowieso, was er will und da sieht man, also wenn man da sagt, Mehrweg-Coffee-to-go-Becher, das ist einfach hier die Frage, der Verbraucher Erziehung oder Entscheidung und der Verbraucher macht es oder er macht es nicht. Da hat man dann keine, quasi von außen keine Handhabe. Das Fazit, Mehrweg ist hinsichtlich Abfallvermeidung und Ressourcenschonung unübertroffen. Je definierter die Mehrwegwege sind, desto leichter etablieren sich auch Mehrwegsysteme, also deswegen beim Ladungsträgern am meisten, Transportverpackung ein bisschen weniger schon und Verkaufsverpackung noch weniger. Die Potenziale sind immens, aber die Datenverfügbarkeit gering und eine gezielte politische Förderung wäre anzustreben. Vielen Dank. Applaus